Wir lassen uns aber die Stimmung nicht vermiesen, das sind alles keine Profis, sondern waschechte Bocholter Mädels, die einfach Spaß an der Mode haben. Und hier seht ihr Antje, Lulz Optik 1 und sie hat einen wunderschönen Arm, hier ist Jenny. Das weite Seidenbluten-Shirt bringt Jenny mit einer D-Ele. Und hier ist es, unsere Petra. Herzlich Willkommen, Sterling. Hier ist die Pizzei. Hier ist unsere Gleis. Herzlich Willkommen, Sabine. Und achtet auf die Man-Style-Hose mit deinen D-Ele. Herzlich Willkommen, Sabine. Und wir wissen, sie mag Gläser. Hier in Kulwohl, Knacki-Schenk von Mara Witz. Das sei ein Job. Herzlichen Dank für eure Zeit. Wir haben so viel Glück, dass es sich geregnet hat. Schön, dass ihr alle da seid.